Hallo liebe Etzer Online Nutzer. Schön, ihr seid wieder mit dabei bei einem unserer neuen Tipps. Heute haben wir den Tipp, den nachhaltigen Weißmacher für eure Wäsche mitgebracht. Backpulver. Ein uraltes Hausmittelchen von Oma. Das haben wir mal ausgegraben und ausprobiert. Und das Schöne ist dabei, ihr könnt sogar noch Sachen verwenden, die eventuell abgelaufen sind. Wie oft ist es, dass ihr Backpulver irgendwann hinten im Schrank findet und sagt, schade, abgelaufen. Ja, nicht nur abgelaufen, auch ganz normal. Es funktioniert tatsächlich. Einfach ein Bäckchen Backpulver mit in die Wäsche oben ins Waschmittelfach geben. Und ihr werdet sehen, eure Wäsche wird wieder strahlend weiß. Der Grauschimmer, dieser Schleier, der sich in der Zeit irgendwann ja beim Waschen einschleicht und durch das Tragen ist weg. Und wenn ihr das regelmäßig macht, bleibt eure Wäsche immer wirklich strahlend weiß. Ja, kurz, knapp, knackig, günstig, nachhaltig. Wir belasten nicht Umwelt, Portemonnaie und eure Gesundheit. Und ich finde, das ist doch definitiv einen Daumen hoch. Probiert es aus, schreibt uns in die Kommentare oder auf ide.etzer.online an, wie es euch ergangen ist. Und nicht vergessen, abonnieren. Danke, euer Etzer-Team. Bye, bye, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal.